Intro Extremer und Sattelpunkte von mehrdimensionalen Funktionen Die kritischen Punkte von Funktionen mehrerer Variabler können lokale oder auch globale Extremstellen, also minima oder maxima, oder Sattelpunkte der Funktion sein. Um zu überprüfen, ob es sich bei einem kritischen Punkt um ein Extremum oder Sattelpunkt handelt, sind alle zweiten partiellen Ableitungen der Funktion zu bestimmen und als Hesse-Matrix anzugeben. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch aus der vorherigen Hauptthematik an die Hesse-Matrix. Werden dann die Werte des kritischen Punktes in die zweiten partiellen Ableitungen der Hesse-Matrix eingesetzt und die Funktionswerte ermittelt, so lässt sich mittels der Definitheit der Hesse-Matrix bestimmen, ob es sich bei dem kritischen Punkt um ein Minimum, ein Maximum oder eben einen Sattelpunkt handelt. Denn im Falle eines Minimums bzw. Maximums ergibt sich eine positive bzw. negative Definitheit der Hesse-Matrix. Im Falle eines Sattelpunktes ist die Hesse-Matrix dagegen indefinit. Bitte seien Sie sich sicher, dass Sie sich nochmal mit der Definitheit einer Matrix auskennen. Darüber haben wir vor allem bei den quadratischen Formen und deren Definitheit gesprochen in der ersten Hauptthematik. Sollten Sie sich daran nicht mehr so gut erinnern, möchte ich hier einmal auf dieses Video verweisen. Schauen Sie sich da nochmal das Ende an und kommen dann wieder, weil die Definitheit und wie man die Definitheit bestimmen kann, ist hier sehr, sehr wichtig, weil es nur darum geht. Und allgemein kann also ein Extremum oder Sattelpunkt wie folgt über die Definitheit der Hesse-Matrix mit einem gesetzten kritischen Punkt bestimmt werden. Und zwar, wenn die Hesse-Matrix positiv definiert ist, haben wir ein Minimum. Ja, also der kritische Punkt gibt ein Minimum an, ist die Hesse-Matrix mit diesem Punkt eingesetzt negativ definiert, haben wir ein Maximum, also der kritische Punkt gibt ein Maximum an und ist die Hesse-Matrix indefinit in diesem Punkt, ist dieser Punkt eben ein Sattelpunkt. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, wir gehen also hin und finden zunächst einen kritischen Punkt natürlich heraus oder mehrere kritische Punkte, dann bilden wir alle zweiten partiellen Ableitungen und setzen die in eine Hesse-Matrix ein. Und wenn wir dann in die zweiten partiellen Ableitungen die einzelnen Punkte einsetzen, bekommen wir eine eindeutige Hesse-Matrix heraus, wo wir dann die Definitheit der Hesse-Matrix bestimmen und über die Definitheit können wir dann aussagen, ob dieser Punkt eben ein Minimum, Maximum oder ein Sattelpunkt ist, ja, bei positiver, negativer oder eben Indefinitheit. Bitte hier immer wieder darauf achten, ja, positiv definiert bedeutet ein Minimum. Genauso wie Sie es eben bei der zweiten Ableitung nach nur einer Variablen kennen, ja, da wissen Sie ja immer, haben Sie einen Wert größer als 0, haben wir ein Minimum, haben wir einen Wert kleiner als 0, haben wir ein Maximum, ja, so ähnlich ist das hier auch, positiv definiert Minimum, negativ definiert Maximum, also genau das Umgekehrte, das kommt immer daher, Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja jetzt im Grunde mit der ersten Ableitung einen Punkt bestimmt, wo wir eine Steigung von 0 haben und bei der zweiten Ableitung geht man hin und gibt eben noch eine kleinste Menge dazu und wenn wir uns in einem Minimum befinden, dann würde eben die Steigung nach diesem Minimum nach oben gehen, also ist dann dieser Punkt ein Minimum. Wenn wir ein Maximum hätten und würden eine kleinste Menge nach rechts von diesem Maximum gehen, dann müsste die Funktion ja theoretisch wieder fallen, deswegen wären wir negativ definiert. Ja, also Sie müssen sich immer vorstellen, von diesem Punkt geben wir eine kleinste Menge dazu und dann kontrollieren wir, inwieweit verändert sich denn dann die Steigung und wenn die Steigung dann negativ wird, dann wissen wir, okay, wir gehen von einem Hochpunkt wieder nach unten oder wenn die Steigung dann positiv wird, müssen wir von einem Minimum wieder nach oben gehen, ja, und ein Sattelpunkt, vollkommen egal, da bleibt ja das Ganze gleich, ja, also wir gehen nach oben, haben dann kurz eine Steigung von 0 und gehen weiter nach oben, also da wissen wir dann, okay, wir ändern im Grunde dann nicht unsere Steigung komplett in diesem Fall, also bleibt die Steigung gleich. Ja, vielleicht nochmal kurz dazu, ich hoffe, Sie sind mit diesen ganzen Konzepten noch aus den Grundlagen der Wirtschaftsmathematik vertraut. Wir wollen einmal das beispielhaft durchgehen, wie das aussehen würde. Beispielhafte Bestimmung von Extrema und Sattelpunkten einer mehrdimensionalen Funktion. Zum besseren Verständnis der Bestimmung von Extrema oder Sattelpunkten wollen wir die folgende mehrdimensionale Funktion unterstellen, wobei die Funktion folgende kritische Punkte aufweist, also wir haben wieder unsere ganz normale Funktion, die wir aus dem letzten Video kennen, mit 2x1²-6x1x2-x2-x2³. Und da hatten wir ja die partiellen Ableitungen, ja, die erste partielle Ableitung nach x1 von 4x1-6x2 und die erste partielle Ableitung nach x2 von minus 6x1 plus 3x2². Und daraus haben wir die kritischen Punkte bestimmt, nämlich einmal den ersten kritischen Punkt von 4,53 und den zweiten kritischen Punkt von 0,0. Und jetzt interessiert uns natürlich, bei welchem Punkt handelt es sich vielleicht um ein Minimum oder ein Maximum oder ein Sattelpunkt. Und dazu gehen wir jetzt eben hin und würden erstmal die zweiten partiellen Ableitungen in einer Hesse-Matrix bestimmen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, das immer sofort in einer Hesse-Matrix zu machen. Das heißt Bestimmung der allgemeinen Hesse-Matrix mit den zweiten partiellen Ableitungen. Sie wissen ja immer, in der Diagonalen wird die Funktion zweimal nach der gleichen Variablen partiell abgeleitet. Außerhalb der Diagonalen befinden sich dann immer die Kreuzableitungen. Ich hoffe, Sie erinnern sich daran. Und wie Sie das Ganze jetzt machen, wollen wir einmal zusammen machen. Sie haben ja hier die erste partielle Ableitung nach x1 und ich würde gleich empfehlen, immer dann auch die zweite partielle Ableitung nach x1 zu machen. Wenn wir hier also nochmal partiell nach x1 ableiten, bleibt einfach nur die 4 stehen. Also schreiben Sie die 4 hier rein. Und dann gehen Sie sofort zur ersten partiellen Ableitung nach x2 und machen hier auch nochmal die direkte partielle Ableitung, also die zweite nach x2. Heißt, Sie leiten hier partiell nochmal x2 ab. Und dann kommen Sie hier auf 6x2 und schreiben das weiter in die Diagonale. Ja, also Sie machen erstmal die beiden zweiten partiellen Ableitungen nach der gleichen Variablen und füllen erstmal die Diagonale. Und dann gehen Sie hin und machen erst die Kreuzableitungen. Und da können Sie sich dann immer entscheiden, ob Sie eben mit dieser ersten partiellen Ableitung oder mit dieser ersten partiellen Ableitung nach x2 die Kreuzableitungen machen, weil Sie wissen ja, die Kreuzableitungen stimmen immer überein. Darüber haben wir ja in der letzten Hauptthematik gesprochen. Wir wollen es einmal mit der ersten partiellen Ableitung nach x1 machen und diese als zweites nach x2 einmal ableiten. Ja, partiell bleibt natürlich dann minus 6 stehen und minus 6 können Sie dann sowohl hier als auch dann da eintragen. Und das Gute ist daran, eine Hesse-Matrix ist immer symmetrisch. Ja, und das hilft uns dann natürlich gleich bei der Definitheit, weil wir dürfen das hauptunterdeterminanten Kriterium sofort wählen. Wir müssen also nicht nochmal eine symmetrische Matrix herstellen, weil wir wissen ja immer, die Definitheit einer Matrix dürfen wir nur bei Symmetrie wirklich bestimmen. Ja, denken Sie bitte daran. Aber hier Entwarnung, eine Hesse-Matrix ist immer symmetrisch. Ja, vielleicht kurz nochmal dazu. Was machen wir dann? Bestimmung der Hesse-Matrix mit eingesetzten kritischen Punkten. Wir haben ja jetzt hier zwei Punkte und die müssen natürlich auch Berücksichtigung finden und dadurch, dass wir hier jetzt nur x2 stehen haben, na gut, können wir den Punkt x1 nicht einsetzen, interessiert uns aber auch nicht. Ja, also es kommt immer darauf an, wie die Hesse-Matrix eben aufgebaut ist. Hier setzen wir also einmal 3 für x2 ein, um dann eben eine komplette Hesse-Matrix zu bekommen, wo wir eben eindeutige Werte haben, weil wir brauchen natürlich eindeutige Werte, um letztlich die Definitheit bestimmen zu können. Das heißt, für x2 würden wir hier nochmal 3 einsetzen und 6 mal 3 macht dann natürlich 18. Das heißt, das ist unsere Hesse-Matrix mit diesem eingesetzten Punkt x1, 4, minus 6, minus 6, 18. Und dann gehen wir natürlich nochmal hin und setzen den zweiten Punkt ein. Ja, 0, 0. Also würden wir für x2 einfach 0 einsetzen. Und dann würde die Hesse-Matrix für den zweiten Punkt so lauten, 4, minus 6, minus 6 und 0. Denn 6 mal 0 macht natürlich 0 für den zweiten Punkt. Und jetzt könnten wir daraus eben mit den eingesetzten Punkten die Definitheit bestimmen. Bestimmung der Definitheit der Hesse-Matrix mittels des hauptunterdeterminanten Kriteriums. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall auch immer empfehlen. Bitte fangen Sie jetzt hier nicht an, irgendwelche Eigenwerte zu bestimmen. Ja, dauert viel zu lang. Nutzen Sie einfach das hauptunterdeterminanten Kriterium. Die erste hauptunterdeterminante dieser Matrix, also erste Zeile, erste Spalte, lautet einfach nur 4. Ja, und die zweite hauptunterdeterminante ist dann natürlich die Determinante der gesamten Matrix jetzt hier in diesem Fall. Das heißt, Sie wissen ja, nach der Regel von Sarus, ja, die Diagonale einfach multiplizieren. Minus der Gegendiagonalen wird dann so aussehen. 4 mal 18, ja, minus, minus 6 mal minus 6. Und das macht dann 36. Und wir haben zwei positive Hauptunterdeterminanten. Und was heißt das für die Definitheit? Ich hoffe, Sie erinnern sich noch daran. Wir sind positiv definiert. Und jetzt wissen wir, bei positiver Definitheit handelt es sich um ein Minimum. Das heißt, dieser kritische Punkt ist ein Minimum in der Funktion. Ja, in dieser Funktion, die hier angegeben ist. Also 4,53 ist ein Minimum der Funktion, der kritische Punkt. Also wenn Sie beispielsweise hier eine Kostenfunktion oder so hätten, würden Ihre Kosten minimiert werden, wenn Sie x1 4,5 und x2 3 wählen würden. Beispielsweise, ja. Aber wir kommen auf die Ökonomie auf jeden Fall noch zu sprechen. Dann bestimmen wir natürlich auch nochmal die Hauptunterdeterminanten der zweiten Hesse-Matrix für unseren zweiten kritischen Wert. Das heißt, die erste Hauptunterdeterminante lautet natürlich wieder nur 4. Und die zweite Hauptunterdeterminante wieder die Diagonale multiplizieren, Minus der Gegendiagonalen. Das heißt, wir haben dann 4 mal 0, Minus, Minus 6 mal Minus 6 macht Minus 36. Und ich hoffe, Sie können sich daran auch noch erinnern. Das ist jetzt nicht negativ definiert, ja. Weil für negative Definitheit bräuchten wir die erste Determinante negativ und die zweite positiv. Hier ist es andersrum. Also handelt es sich hier um eine indefinite Matrix. Folglich handelt es sich hierbei dann eindeutig um ein Sattelpunkt. Das heißt, wir haben hier weder ein Minimum noch ein Maximum in diesem Punkt. Wir haben hier einfach nur einen Sattelpunkt. Ja, so können wir das letztlich bestimmen. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Sie bilden eben die zweiten partiellen Ableitungen innerhalb einer Hesse-Matrix. Dann setzen Sie die kritischen Punkte einfach in die Hesse-Matrix jeweils ein. Und aus den resultierenden verschiedenen Hesse-Matrizen bestimmen Sie dann die Definitheit für die einzelnen Punkte. Und können dann eben sagen, beim kritischen Punkt x1 handelt es sich um ein Minimum der Funktionen. Beim kritischen Punkt x2 dagegen um einen Sattelpunkt der Funktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.